jo leute herzlich willkommen zu einer neuen folge tagdown zusammen mit den porkies und dem zander die hallo sandi zando andy irgendwie ist stromflöten gegangen das musst du dir mal vorstellen wir haben jetzt das übertriebenste atomkraftwerk und andy hat einfach verkackt denn irgendwas angelassen doch jetzt haben wir ja wieder stehen bei an die ohne scheiße den anlässt passiert doch nichts oder du meinst in den den die das hinter den sarka w ist komplett durchgelaufen die mfsu sind fast leer wo der ganze strom sind die fast leer da ist doch mal das sind doch 9,7 millionen fast in jeder drin nein das sind 97 970.000 sind es also hier sind zehn zu hause wo ist sind die 76 millionen eu hin zu hause ich sagte dieser verkackte eu splitter der saugt uns der klaut uns strom der ist verbuggt er hat was gegen mich und er ist scheiße ja dann mach ihn weg als das ding ist so für ein arsch wer hat es erfunden ja komm hierher leo leo hast du mal lust zu unserem haus zu kommen wir müssen dir was zeigen ja was willst du ihm zeigen pass auf ich habe nur noch einen karten was willst du ihm zeigen hier unser ding ist hier das kennt der ja das hat er auch selber in der vorletzten folge ich glaube wir müssen erst mal die neue situation ja gut ja die neue situation erklären wir gleich aber vorher will ich noch kurz erklären habt ihr schon unser neues tor also ja ja das war der nächste punkt unser neues tor gesehen wir haben jetzt ihr habt ja schon unser garagentor gesehen und wir haben jetzt noch ein viel 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 geileres tor gebaut was wir haben also 2.0 nein ja es hat bloß in einer ganz anderen stelle und es ist viel viel größer und es ist viel viel geiler also es lohnt sich ja es lohnt sich ja es lohnt sich ja ich komme ab zu euch rüber gejettet legen sollen wir eigentlich so eine dimension toy jetzt auch zu leo rüber bauen ja auf jeden fall das ist auf jeden fall also so schnell connecting und so der europäische menschliche wieso nicht ein teleporter der menschliche umkostet weil der menschliche umkostet weil der menschliche umkostet weil der menschliche umkostet ist so und an die das sind auch sowieso nicht anschließen kann der kann es einfach noch auch es ging doch jetzt hinterher die aber ja wir haben ja kein strom mehr weil an die es verkackt hat richtig so ein niveau hat du tauchst doch bestimmt gleich im himmel auf war wie so ein schöner engel ne ich laufe durch die u-bahn kieler schweiß also gerade sagen wir uns länger engel es waren meine worte ich sammle gerade die ganzen sachen die hier nebenbei noch liegen bleiben ein so ist das splitter wurde jetzt offiziell abgelehnt so ein scheiß ding werde ich nie wieder irgendwo einbauen das funktioniert nicht das packt nur rum ist scheiße ja wir wollen wir das noch mal überhaupt erstmal noch mal erklären was jetzt überhaupt los ist ja wo ist dieser tom eigentlich also heute ist ja sonntag die leute die auf toms kanal da kommt ein andy du bist rot ich wollte ich nämlich gerade frage den dings muss mal gefärbt hast habe ich die die auf toms kanal gestern geguckt haben ihr habt gesehen tom ist ab jetzt also quasi dieser auf aufnahme nicht mehr beim tagt haben dabei weil ja weil es einfach nicht mehr so dick war und er halt nicht mehr so die lust verspürte ja aufzunehmen mit okay 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 stopp stopp weil es nicht mehr so dick war und er nicht mehr die lust ich wollte das nur mal klarstellen dass du das richtig gemeintest bleib mal da stehen pass auf jetzt wird's episch okay jetzt habe ich gerade unterbrochen also der tom der hatte nicht mehr so viel lust auf das projekt und wir haben auf jeden fall noch richtig dick lust ja siehst du hast doch genau die den worten wie ich also wirklich ja aber ich habe aber du hast nicht mit lust um dich herattet mit diesem dinge alles lust molchen wir alle miteinander ja also ja auf jeden fall wird das ab jetzt so sein dass wir erstmal vorerst zu fünft jetzt hier aufnehmen ich alleine auf nehme von unserer sicht also quasi zu zu fünftiert aber manchmal und ihr findet jetzt auch ab dieser folge in der beschreibung anderen kanal was machen die nachbarn leflocke na ja ich heiße nicht leflocke eigentlich genau ich kann die ich kann dir ab jetzt für jede folge leflocke einfach in dein haus reinstellen ich schenke immer items wir haben keinen strom das ist das problem zahl ja weil 76 millionen eu einfach verloren gegangen sind gerade aber weil wir haben die zweite ladung ist atomkraft aber ich denke in neuem mfuß im akw ist noch was ja aber noch übelst viel ja aber wir zappen direkt vom akw ab ist das akw gerade nicht angeschlossen oder was doch eigentlich schon aber ich sagte der splitter der hat das weggebracht es gibt gerade keinen strom an was machst du gerade sagen was rennst du bei mir rum und durchsucht meine kisten was soll das ist alles auf band immer ein bisschen kupfer und uran mit ich brauche nur erzählen uran haben wir ich habe noch eine frage wo geht der ganze staff in denen das ding jetzt abgebaut hat das war so eine goldpipe in diese goldpfe haben wir auch nicht so nix drin lass mal nimmer das uran mit, weil das erstes was abgebaut ist, sollt ihr das uran auszunehmen? ne das brauche ich vielleicht noch für den reaktor den ich jetzt noch hier habe ok danke freilich also unser akw ist nicht safe for work hmmm was ist da jetzt los? es verschwindet energie sind über 70 millionen eu einfach verloren gegangen 70 millionen? ja das ding produziert ja 60 millionen eu einfach aber wird das ding ausgeschaltet wenn wir nicht auf dem server sind aber wenn wir nicht auf dem server sind läuft das ding doch sowieso alles nicht oder habt ihr drei menschen, was habt ihr denn hier gemacht das geht doch gar nicht ich sagte der splitter hat das geklaut als wir nicht da waren ey ohne scheiß däumen hat einen neuen fein und das ist der splitter wie du ausrastest auf das teil ohne scheiß ist es nicht oder war das hat schon erst, erst bugged es rum und jetzt klaut es auch noch mein strom als nächstes kommt die familie dran ich sag's dir ich hoffe immer ist Andi weg Tom ist ja schon weg das war der splitter das war der splitter das war der splitter was? du hast mir gerade einen züge geklaut hä? ja du bist vorbeigelaufen hast eine tür aufgenommen ja scheiße jetzt bin ich am akkern ey aber dom es kommt kein strom an fuckt ja das ding läuft auch nicht mehr weil der strom geklaut ist aber ich denke es war noch was in den mfu's da ja theoretisch müsste das jetzt fließen aber oh da fehlt ein kabel ja du kappen das war meine aussage dass du das kontrollieren sollst ich wollte dich gerade anschreien warum du mich geschlagen hast wo ich durch die dimension door gekommen bin aber ich hab kein essen mehr gehabt ich hab's noch wieder grenzenlos verkackt fließt jetzt irgendwie strom oder so ähnlich doch jetzt ein bisschen ja weil was abgezwackt wird direkt von der ding ne gar nicht das fließt gar nichts warte alter kann es sein dass es nicht fließt weil da zwischendurch chunks nicht geladen sind ey weißt du wer die hast aber es floss doch immer was oder? ja eben früher floss doch immer was also ich hab jetzt einen Kuss stopp seid ganz ruhig ich habe einen Aufruf an unsere Zuschauer und zwar könnt ihr bitte mal also für Leute die sich auskennen mir den Unterschied zwischen einem Dimensional Anchor und einem Chunk Loader erklären danke ich bin jetzt jeder auf eine andere Karte ich bin arbeitslos Kian was macht die gerade ich bin euch helft oh komm Zander komm runter die Query läuft jetzt richtig ja? alter yo what scheiße wo kommt der Rahmen auf einmal ja Kian wo muss ich hin wo muss ich nochmal hin scheiße hier mit diesen Schacht oder es gibt auch einen äh von der Treppe aus einen Abgang ist das jetzt eigentlich ein Bohrer oder ist das ein Laser? wow alter ist das jetzt da? ey warum hat denn der da Wasser? muss es weg? ah das habe ich hingetan weil ne das hast du doch auch gesagt Leo wenn da Lava kommt dann wird die zu Obsidian dann wird sie auch abgebaut genau das ist richtig jetzt kriegen wir kein Strom mehr wie bitte was kriegt ihr nicht? sollen wir haben keinen Strom mehr ja ich weiß weil der Strom nicht durchfließt Kian was passiert ist wenn man das Gerüst abbaut? lasst ihr den Krabby eigentlich über Strom laufen? ja ja was denn sonst? der saftet nämlich auch kräftig muss ich mal so sagen ja aber wir haben ihn ja letzte Folge das angemacht und dann haben wir den auch ausgemacht und die MFSUs entleeren sich hier ja gar nicht irgendwas ist dann nicht ganz koscher also gerade muss hier wieder was ankommen bei uns das geht nicht anders ja es kommt aber nichts an es kommt aber was an wenn man mit einer Wrench eigentlich ein Nuklearreaktor abbaut dann bekommt man den noch eigentlich im vollen Stück zurück nicht wahr? ja ja wir haben keinen Strom mehr das war bei mir aber gerade nicht der Fall das war bei mir gerade nicht der Fall darf ich mir jetzt ein Cheaten? das muss jetzt diplomatisch abgestimmt werden nein doch wenn wir unseren Reaktor weiter aufbauen wenn er nicht weiter so failt dann hilft uns das ja was ach was? mit einem Wrench einen Reaktor abgebaut? ja mit einer orangenen Zange habe ich den abgebaut doch wie hast du den abgebaut? ja mit Rechtsklick natürlich nicht mit Linksklick ja gut was ist rausgekommen? na ein Generator also sowas wenn man zum Beispiel mit einer Spitzhacke in der Maschine abbaut dann kommt auch nur ein Generator raus und du weißt schon dass eine Hole kein Wrench ist? ey Däumen ich komme da rum und schauer dir weg äh wo soll jetzt die Tür zu Leo hin? äh neben die andere bist du behindert? können ja mal einen Türenraum machen einen Türenraum also ich schiebe jetzt einfach besser ja ne jetzt mal das jetzt ernsthaft entscheiden das stimmt aber wobei AKW-Tür bleibt da ja die AKW-Tür ist ja so technisch guck mal hier können noch Türen hin hallo ey hier oder hier Kieran guck mal hier alter der rastet gerade so übelst aus ne da soll ja nochmal ein Tor hin eigentlich oh da sollen zu viele ja übertreib ey da sollen zu viele ey es fließt Strom raus Kieran ja Jure der übertreibt richtig guck mal wie der abgeht die können doch auch eigentlich weg die Dinger hier jetzt packst du erstmal da hin und lass das erstmal alles nein 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 dann kommt es gleich hier hin ja warum? lass doch einfach einen Platz dann sieht das so schau nein da ist auch kein Platzabstand wer geht denn da euch ab? der Query hier der zieht sich hier die 20 Steine in ein paar Sekunden rein ich weiß das ist wenn die mit Strom laufen sind die die Nono von den Fede-Tubbies der Staubsauger ja ist so wenn die mit Strom laufen sind die richtig 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 schnell wie sieht der Nono Lappen bist du zu Hause Leo? ja ich bin zu Hause und bin am Karolus an so einem Dingsbums aber was ich mich auch schon wieder wundere unser Query geht schon also mein Query geht jetzt muss ich mich ständig umgewöhnen äh geht jetzt auch schon wieder nicht mehr ich weiß aber ja nicht warum mit Conductive Pipes kann man die doch äh kann ich doch einfach vom na wie heißt es von Energy Bridge bis zum Query kann ich doch mit Conductive Pipes ja verbinden aber das funktioniert trotzdem ja du musst doch eine Wutten haben ja eine Wutten als Anschluss und dann kannst du Stone dran packen ich bin total behindert Bildcraft ist der behindertste Mod von allen also von Ocean nein der Mod wo der Splitter enthalten ist das ist der behindertste Mod das ist wahrscheinlich der Splitter Mod das ist ein ganz eigenständiger Mod der Splitter Mod genau Splitter Mod hey wie funktioniert das jetzt wenn wir jetzt ein neues Gebiet haben wollen dann müssen wir aber nur die Query umsetzen oder wie ja ja und dann mit Conductive Pipes verbinden na gut die setzen wir dann immer einen nach hinten würde ich sagen oder ja ja auf die andere Seite des Lochs einfach oder einfach aufs AKW weil es eh scheiße ist wegen dem Splitter irgendwie stehen alle Minecarts bei dir Leo ja dann musst du halt mal laufen die haben eh nur zwei Minecarts jetzt ist ein Loch mit dir könnten wir noch ein paar mehr holen Adtrick ja ah hör auf damit hör auf Andi zu schlagen ah da ist er hallo ey du hast ja auch schon Power Armor ja arbeite ich dran ist dann ich brauche einen Platz wo ich eine Tür hinstellen kann wo du äh ja eine Tür durch die du dann zu uns kommst ja mach mal das hier unten mit rein hier ist noch massig Platz da muss ich noch was reinlassen so ich baue jetzt mal den Gang zur Treppe nochmal vernünftig aus weil der ist nämlich so übelst Ranz LP mach hin wo du sie hin haben willst komm komm wir kümmern uns jetzt mal darum dass das AKW eine Tür kriegt ja dann legst du irgendwie mir hin was für eine Tür sollst du haben nee ich muss dir dafür auch noch was machen deswegen achso naja dann dann gibst du mir aber vorher erstmal wo ist er denn also entweder Eisen oder Reinforced also du musst ne ich weiß nicht ob das geht wenn ich dir das jetzt hinten droppe weil ich dann sowas markiert habe na gut ne dann legst du dann legst du hier hin ne ne wir haben kein Zeug mehr wir brauchen ein Eis oh das war zu doll scheiße hä da rein nein hier nein geh weg da was hast du jetzt gemacht na egal du machst einfach vier da vorhin vor diesem Glauben ey ich hab auch noch Eisen also ich mach eine warte 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 na ich weiß ja nicht wie das bei den Türen funktioniert na gut dann machen wir sie halt so in die Wand rein das funktioniert na gut ne lass das so stopp ich zeig's dir NICHT DOLMBLUEUP das ist lustig das war im AKW warte das ist echt uncool oh geil ich bin bei euch ey das ist ok warum haben wir hier noch ne Tür wofür ist das da kommst du zu mir lass komm geh zu mir hallo ja lol wo kam jetzt diese behinderte Tür jetzt kann ich ganz schnell mein Zeug wiederholen krass boah geil hast du irgendwo Strom kann ich mir irgendwo Strom ausleihen ja oben du musst ein kleines Stück laufen aber du kannst Strom nehmen ja ah vom AKW ist ein von unserem Nuklear-Doktor ey du hast noch hier unten ne Bed-Box Star Trek ja das ist unser Light-Gate vor allem gib mal bitte deine Eisentür ja ich wollte dann zeig dir mal das kompulse Tor zeigen wir müssen mal bei uns dick mit dem Design aufholen weil bei uns ist irgendwie alles noch rancig alter scheiße hier ist ne Kiste mit hochgegangen da ist jetzt so viel Junge wie ihr übertreibt sag immer bitte mal deine Tür voll üben ja ich kann's dir nicht geben ey ich spring's jetzt nicht rein hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir kümmer dich kümmer dich guck mal die haben Cüe warum haben wir keine Cüe die haben wir heute für euch auch gebaut was das für ne Startbahn hier gar keine kann's einfach da vorne lade ich auf wo na da vorne ha 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 na da vorne ist ein MFE mit c爸爸 So jetzt hab ich dich eingesperrt. Hier ist die Tür. Hier ist ein Atomreaktor. Ja, du sollst den auch bitte erstmal in Ruhe lassen und nur den Strom vom MFI nehmen, der da angesteuert ist. Dann nehmen wir den Reaktor mit. Mach den Reaktor an. Ich nehme die Brennstäbe raus. Jetzt komm ich rein. Bringt doch gar nichts. Das sind nur zwei Brennstäbe. Wir brauchen glaube ich 16 oder so. Ich hab euch 21 Uran mitgegeben. Uran? Ja, das ist das krassere Scheiß. Also das ist der krassere Scheiß. Uran. Voll hart. Voller hartes Stoff. Das ist der harte Stoff, genau. Some of the hard stuff. Achso, und wenn... Ey, waren das gerade Reinforced-Dinger hier? Was, das Tor? Nein, das ist Support-Frames und davor sind normale Stones, damit das halt aussieht wie Stein. Ey, Andi, kannst du mir mal eine Kiste machen? Das sieht richtig geil hier aus. Und wenn das explodiert, dann geht die Druckwelle hier nach hinten raus, wie so ein Furz in die Schlüge. Ja, wie so ein Furz. Wie so ein Furz in dieses Loch. Zander hat auch explodiert. Was sind das da für Pressureplates an der Wand? Äh, das war eine von der letzten Explosion noch. Deswegen, hier hat die Druckwelle bis hierhin gereicht. Jetzt noch alle abgeblättert, noch ein paar. Und hier haben sie dann standgehalten. Also, ja, das ist... Das da weiß ich auch nicht, wer das daran gemacht hat. Ob ich das war oder... Es ging, glaube ich, ums Licht. Da ging es ums Licht, glaube ich. Weil diese Panels geben einen Licht-Bug ab oder sowas. Also das sieht richtig kacke aus. Habt ihr das auch? Mit diesen, äh, Covers, wenn man die an die Wände macht? Aber ihr habt ja die ganze Wände aus Covers, da sieht man das nicht. Also wenn man den Unterschied zwischen normaler Blockwand und einer Cover oder... Achso. An die möchte ich mir bitte mal helfen. Komm her, Leo. Dankeschön für den Strom. Ich bezahle bitte. Ich bin gerade dabei die Türen zu steuern. Scheißegal, komm jetzt her bitte an die... Ich kann so zwei Zeug nicht, aber das verschwindet dann. Wo ist das Steak denn? Ey, wo hast du das Steak? Da. Hä? Was ist denn dein Problem, Dorn? Ja, das ist ein Skeletto. Ich will mein Zeug wieder aufsammeln. Wo denn? Rauchst denn, du Lappen. Komm, ich schau raus. Wieso nimmst du es denn immer wieder selber auf? Das ist jetzt dumm. Ich hab dich nicht gesehen. Ach, das ist sehr lieb, und das esse ich nicht gleich, weil ich satt bin. Aber sehr nett von dir, Zander. Ich hab dir gerne Strom gegeben. Das ist auch sehr nett von dir, Leo. Ja. Zander. Okay, ich geh jetzt zurück. Ich muss arbeiten. Dian, hast du Holz? Dian, hast du Holz? Nein, hab ich nicht. Nein, hab ich nicht. Okay, scheiße. Da liegt noch Zeug, glaub ich, von dir. Ja, ich weiß. Ich brauch mal ne Kiste, weil ich hab hier so viel Scheiße. Die muss ich jetzt einfach wegschmeißen. Hier ist ne Goldkiste, hier. Da ist auch ne Kiste, du Lappen. Was? Wo? Ja, die ist voll. Die ist nicht voll. Egal, hier hast du ne Goldkiste. Junge, Alter, diese Teleportdoors, die sind der Burn. Das ist voll cool mit der Tür, ey. Mit der Tür. Das ist geil mit der Tür jetzt, ne? Ja, ich find's richtig, richtig geil gemacht. Ja, fahren wir zum Beispiel. Die Türansteuerung nicht hin. Ja, ich kann jetzt nicht. Ich bin grad beschrieben. Habt ihr die Tür noch irgendwo im AKW oder was? Zum AKW? Nein, das ist nicht einfach, weil es hier Holzcovers sind, auf denen die stehen. Das ist überhaupt nicht einfach. Nochmal, was hast du gesagt, Leo? Ihr habt noch ne Tür zum AKW oder was? Ja. Und dann sollst du noch eine? Dann hast du nur dunkles Holz. Kilian, komm mal her. Soll ich hier noch ne Treppe nach unten bauen? Oder so ne Leiter? Nee, stopp, komm mit. Ich hab da schon zugegangen. Ja, hast du ja schon, weiß ich. Aber also machen wir das Loch da gleich wieder zu, oder was? Das hier, ja, das brauchen wir nicht. Ja, weil den anderen Gängen bin ich nämlich gerade hier schon am Ausbauen. Ach, der ist hier, Andi. Good job. Das reicht doch, wenn wir den Zugang haben, ne? So oft muss man da ja nicht hin. Ich werd gleich die Kisten dann noch anschließen, you know? Ja, ich mach erstmal hier den Gang ein bisschen breiter, weil so eng, da kriegst du ja Platzangst drin. Ihr habt doch, ihr habt doch einen UU Generator, wann? Läuft er bei euch dauerhaft durch? Nein. Wollt ihr es rum hätten? Ja. Okay. Wollt ihr Scrap haben? Weil ich hab ziemlich viel Scrap rumliegen. Und darf ich dann ab und zu über ein Iridium-Dingsbums bekommen? Oh, jetzt hab ich da. Krebs. Krebs sind geil. Die fällt auf, unsere Folge ist schon wieder ziemlich long. Dann müssen wir sowohl irgendwann auch beenden. Und nein. Leider. Nein, der war da schon. So, was siehst du? Und falls dir aufgefallen ist, so. Ja, es war Blauzaun, richtig. Ich lüge nicht. Ich lüge nie. Niemals. Niemals. Scheiße, jetzt ist das Ding falsch rum. Gott ist mein Zeuge. Welches Ding ist falsch rum? Na, die Woden-Conductive-Pipe ist irgendwie jetzt falsch rum dran. So, als dass eigentlich die Elemente vom Kravvy in den Dings muss laufen. Oder er läuft vielleicht schon, wenn ich seh's nur noch gar nicht. Muss ich mal kurz warten. Oder du hast keinen Strom? Nein, Strom laufe ich auf jeden Fall. Obwohl, ich kann ja meinen EU... Ah, jetzt hab ich meinen EU-Reader nicht dabei. Wo bist du denn? Äh, beim Reaktor. Wenn du weißt, wo der ist. Ja, da draußen. Genau, da hinten. In der Ferne. Ich seh dich noch nicht. Muss ich durch dieses Tor gehen? Ja, durchs Große. Kann ich auch zubekommen? Andi, Andi, ist ein Quarzkristall wertvoll. Ist das große Tor jetzt das hier unten? Nee. Diese Quarzkristalle sind noch neu dazugekommen, Leute. Das weiß ich. Kann ja echt gar nicht sein, dass der an ist. Ja, da bist du. Ja, genau, hier unten bin ich. Ich hab jetzt das Garagentor offen gelassen. Kann ich das wieder zumachen? Ach so, dann... Ja, nee, lass es einfach so. Das war das falsche Tor. Du sollst hier herkommen. Ey, muss ich... Ja, genau. Das ist richtig. Alter, so ein Tor brauchen wir fürs AKW, man. Pass auf, hier. Komm mal. Siehst du das? Ah. Ist so geil geworden, oder? Richtig geil. Ah, ein Zombie. Weil die Tür vom AKW funktioniert. Ja? Ja, man kommt nicht raus. Alter, warum hast du das so hässlich gemacht, du Lappen? Warum hässlich? Ja, du kannst den Block gleich wieder anbreißen. Das klappt so nicht. Und schon gar nicht diese Rollstücklöcke da. Ja, das ist ja nur erstmal übergangsmäßig. Hast du ne Ranch dabei? Also, nee, so ne, so ne, so ne graue Ranch oder so. Es gibt ja einmal die Orangenen und dann nochmal die andere da. Ne, hab ich nicht. Die brauch ich. Ja, dann willst du das mal machen. Weil wir musst die irgendwie umdrehen hier, den Holzdings, oder? Äh, warte, ich zeig dir wie. Ja, ja, da bist du doch. Da, der Holz hier. Äh, was hast du denn hier? Äh, äh, wo mein so? Da ist die Query. Ja. Geht das? Ist das auch Conductive? Ja, ja, das sieht man doch. Ist doch rot. Ich verstehe auch nicht, warum du normales Redstone nimmst. Auch nicht. Mit den Wiren würde es ganz viel Zeit. Eigentlich müssten die doch dann andersrum sein, aber bei Conductive ist eigentlich so... Äh, die sind Wire dann? Ja, nee, gar nicht. Dann gibt mir Wires. Warte mal, oder? Ja, wir sind hier gerade wieder total im Bann. Habt ihr nicht vor fünf Minuten schon gesagt, dass die Folge eigentlich überlängert? Ja, hat sie auch schon, aber ist jetzt auch egal, dann kann es auch noch mehr überlängern. Was ist das denn für ein Ding? Alter! Ne, braf ich nicht. Mann, ich hab das neulich schon nicht rausgekriegt. Äh, warte mal, mach mal, mach mal die... Mach mal so. Ha! Da, da war Strom. Du darfst nicht nur die Wunden benutzen. Hier fließt der Strom, ich seh's nämlich nicht. Doch, da, jetzt fließt's. Ah, geil! Ey, cool, da schön. Du darfst nicht nur eine Wunden haben, sondern da musst du auch noch eine andere haben. Und deswegen bin ich ganz offiziell dafür, BC... Nee, Buildcraft behinderster Mod in Taget Life. Nein! Splitter ist behinderster. Behinderster. Na gut, dann haben wir das jetzt beschlossen. Däumen ist anderer Meinung als wir. Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Also jetzt müsst ihr zumindest... Ja doch, er gibt was aus. Und dieser Mini-Laser arbeitet da oben schon, ne? Ja, tut er. Aber am Anfang gibt er die Items ja noch nicht raus, wenn der Mini-Laser da noch arbeitet. Wie zur Hölle, ob soll ich das Signal hier abgreifen? Na gut. So, jetzt ist aber endgültig Zeit, die Folge zu enden. Tudo! Ja, dann gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben bis zum nächsten Mal. So sieht's aus. Bis denn, ciao! Peace!